Herzlich Willkommen Leute zu diesem Video, ich habe 7 Euro Accounts bewertet und ja, fangen wir gleich mal an, das ist aaron.s2.0 9.290, er ist in der besten Clip der Welt, Otis-YouTube, guckt gerne mal nach, ob da ein Blatt frei ist, kommt rein. Sein höchster Rang ist Gold 2, sein aktueller Rang Silber 1, sein Lieblingsbruder Serge ist auch der einzigste, den er 25 hat. Und ja, das sind alles seine Broader, ich weiß nicht, wie ihr den Account findet, auch für mich, wegen den Trophäen ist es so eine stabile 5,8. Runden 10, und falls du es noch nicht getan hast, liked, abonniert und aktiviert die Glocke, das ist der Account von Jeffy mit 7542 Trophäen, höchster Rang Diamond, aktueller Rang Diamond, besten Clip der Welt, Otis-YouTube. Sieg ist der Rang 23, ist das höchste, sein Lieblingsbruder ist Gale und ja, dann war das irgendwie ganz komisch, auf einmal schickt er mir jetzt genau eine Anfrage, ob wir zusammen spielen wollen, als wenn das wüsste, dass ich gerade seinen Account bewerte und ja, er hat einen Ball auf 25 und das für Edgar. Und ich finde für seine Trophäen und das war schon auch, finde er hat eine 5,7 verdient. Das ist der Account von Hannes.bkn, dein höchster Rang, Gold 2, aktueller Rang Silber 1, höchste Trophäen, die er je hatte, 10.725, aktuelle 10.723. Lieblingsbruder, Leon und ja, auch in meinem Club natürlich, er hat schon 3 Ball auf 25, was richtig stark ist, Bo, Leon und Colt. Ja, Brock hat er auch schon auf 24, auch schon kurz vor 25, ist auch stark. Und ja, das hier ist so, halt seine Brawler. Ich finde, der Account ist ein bisschen besser als der von Jeffy und deswegen würde ich ihn eine 6 von 10. Und warte mal, ihr guckt das Video immer noch und habt mich immer noch nicht abonniert und ist jetzt höchste Zeit dafür. Dorf geht 2023, ist das nicht dran. Höchster Rang, Diamond 2, aktueller Rang, Diamond 2. 15.463 Trophäen, Lieblingsbruder, Leon, natürlich auch in meinem Club. Und ja, was soll man dazu noch mehr sagen? Und das ist ein richtig, richtig starker Account. Er hat nämlich 3 Baller auf 26, alle im Plus, nicht eine Minus davon. Leon hat er auch schon auf 24,5. Also das ist wirklich schon ein sehr, sehr starker Spieler scheinbar. Der erst angefangen hat scheinbar mit der Trophäenmenge, aber schon sehr, sehr gut ist. Und ja, das sind seine Brawler und ich glaube, ich würde ihn eine 6,5 von 10 geben. Und ja, das ist halt sein Brawler. Er hat auch schon sehr, sehr viele für 15.000 Trophäen, glaube ich. Ja. Warte mal, ihr guckt das Video immer noch, habt mich aber schon abonniert, aber liked das Video nicht, wenn es euch gefällt. Denn tut es auf jeden Fall jetzt. Hier ist Tolo. 11.538 Trophäen, höchster Rang Diamond 1, jetzt Bronze 3 irgendwie. Spielt das scheinbar nicht mehr. Lieblings-Waller Fang. Ja. Seine höchste Siegesserie war 19. Natürlich auch in meinem Club. 3 bis 3 Siege schon 470. Mehr als die anderen alle. Und ja. Er hat schon fast Fang auf 25. Also 1,24 ein bisschen ein Minus. Aber halt schon 1 auf 24. Und danach kommt ja schon 25. Also fast auf 25. Den Account würde ich gerne 5,5 von 10 geben. Ja, da wird es nicht zu viel. Den Account war toll auch schon fertig. Ihr guckt meine Videos gerne. Habt aber gar keinen Bock mehr immer zu gucken, ob es neu gibt. Dann aktiviert doch einfach die Glocke. Dann wird er jetzt immer benachrichtigt. Jetzt kam der Account von Max. 13.287 Trophäen. Diamond 1 Bestes. Und Diamond 1 jetzt in Rang. Lieblings-Waller-Quo in meinem Club. Und ja. Jetzt kommen auch schon deine Sprawler. 2, 1 auf 26, 1 auf 25, 1 auf 24. Und der Rest halt ganz normal. Für seine Trophäen. Und ja. Ich glaube, ich gebe den Account einem 6 von 10. Weil er halt schon 1 auf 26 hat und 25. Und ja. Ihr kriegt aus Startups nie was raus. Dann gebe ich euch einen Tipp. Abonniert diesen Kanal. Und ihr kriegt vielleicht dadurch mehr Lack. Jetzt kommt der Account von Finny. 11.865 Trophäen. Höchster Rang. Diamond 2. Aktueller Rang. Silber 3. 32. Siegesserie. Leider nicht immer ein Club, aber ein Club. Coolen Cookies. Sein Lieblings-Waller-Spike. Ja. Höchste Siegesserie. 3.865 Trophäen. Und aber seine höchsten Pokale waren 11.865 Trophäen. Und jetzt kommen auch schon seine Wallers. Ja. 1 auf 21. 20. 20. Also viele Trophäen, aber keinen so richtig mit Abstand höher als alle anderen. Und ja. Das war der Account von Finny. Das ist der letzte Account gewesen. Wenn ihr auch mal dabei sein wollt, kommt gleich noch meine ID eingeführt. Schickt mir Freundschaftsanfragen. Schreibt in die Kommentare, wie ihr da heißt. Dann nehme ich euch an. Ich nehme jeden an. Und ja. 5,5 der Account. Ciao.